Ja, ich habe es ja gestern ausführlich gesagt, warum, und das hat der Florian jetzt auch sehr gut nochmal begründet, warum für uns die Stereophonie doch noch nicht ausgedient hat und doch noch eine sehr gute Grundlage bedeutet für 3D-Audio, ob es jetzt in einem Format Ambisonics oder über Ambisonics nach VR oder direkt in VR-Bineraltechnik landet oder auf einer Lautsprecher-Array-Anlage. Das Grundformat könnte und kann und soll Stereophonie sein. Stereophonie, wenn es jetzt um viele Kanäle geht, bedeutet nicht, dass ich viele Kanäle aktiv habe. Das ist dann tatsächlich keine Stereophonie mehr oder es ist aber eine schlechte Stereophonie. Sprich, korrelierte Signale sollten eben nur auf maximal zwei Lautsprechern wiedergegeben werden, zwischen denen dann eine Phantomschallquelle erzeugt wird. Natürlich kann ich alle Lautsprecherbasen, die ich dann so erzeuge, nutzen. Sprich, hier habe ich zum Beispiel zwischen den Lautsprechern Links und Center die Phantomschallquelle erzeugt. Hier mache ich das zwischen diesen Wide Links und Links-Lautsprecher. Auf der linken Seite kann ich das genauso und so kann ich die gesamte Multi-Stereophonie hier mit Phantomschallquellen beliefern. Dieses mehrkanalige Stereophonie Setup ist eigentlich völlig beliebig. Wir haben oben jetzt eine 9.1-Anlage, hier haben wir eine 2.0-Anlage. Für VR, wo ich ja vollkommen frei bin, was ich da für eine virtuelle Lautsprecher-Setup bastle, kann es auch was ganz anderes sein. So wie zum Beispiel gestern in meinem Vortrag erwähnt, der Okta-Eder mit einer tollen Signaltrennung. Also ich kann da relativ frei sein. Wichtig ist nur, dass ich dann hier meine Stereophonie-Mikrofonie bzw. Mischung in dieser Art anstelle. Wie ich darauf mische, das hat der Florian jetzt ja auch schon in jedem Detail gemacht. Sprich, ich muss halt achten auf die Signaltrennung, auf die Pegel- und Laufzeitdifferenzen. Und die Pegel- und Laufzeitdifferenzen, die erzeugen mir dann halt einen gewissen Aufnahmewinkel. Dadurch, dass ich die Mikrofone an einem anderen Platz tue, auf gut Deutsch, eine andere Beziehung zueinander haben, kriege ich auch eine andere Abbildung zwischen den Lautsprechern. Das ist, glaube ich, jetzt hinlänglich bekannt. Sehr wichtig ist tatsächlich, dass ich das im Blick behalte, und zwar in jeder Lautsprecherbasis. Und da kann ich jetzt diese Lokalisationskurve anschauen. Das ist jetzt zum Beispiel die XY-Abbildung, so wie sie aus dem Image Assistant zu errechnen ist. Und dann, ups, zwischen Minus und Plus 90 Grad habe ich eine Abbildung. Und das wird dann auf der Y-Achse zwischen den Lautsprechern links, center, rechts erscheinen. Sprich, Aufnahmewinkel 180 Grad. Wenn ich die Mikrofone anders aufbaue, dann kriege ich eine andere Lokalisationskurve. Das ist zum Beispiel ORTF, etwas größerer Mikrofonabstand, Groß AB und so weiter und so fort. In der Höhen-Domain ist es ein bisschen anders. Hier ist es erstens sehr schwammig und zweitens sind auch die Werte, die ich brauche, um eine Quelle in eine bestimmte Höhe anzuordnen und ein bisschen andere. Man kann aber grob davon ausgehen, wenn es jetzt um die Pegeldifferenzen geht, dass es immer noch sich so im Bereich plus minus 15 dB abspielt. Das heißt, hier können wir auch wieder ganz normalen Mikrofonsetup designen, was da passt. Wichtig aber, und das habe ich ja gestern auch schon erwähnt, ist für das Design eines Mikrofonsetups bei weitem nicht nur die Richtungsabbildung, sondern viele andere Aspekte. Die Qualität der Mikrofone nicht zuletzt, aber halt auch, wie ist die Raumabbildung. Sprich, wie korreliert sind die Signale im Diffusfeld. Da gibt es jetzt diese mathematische Berechnung, dieses sogenannten Diffuse-Field-Correlation, sprich, diese Korrelation im Diffusfeld ist abhängig vom Winkel zwischen den Mikrofonen, vom Abstand zwischen den Mikrofonen und von der Richtcharakteristik der Mikrofone. Und auch das ist im Image Assistant beinhaltet, weil es eben eine wichtige Maßzahl ist. Hier sieht man die Korrelation im Diffusfeld für ein XY-Mikrofon, die ist relativ hoch, das heißt, es wird relativ eng klingen und wenig diffus. Das kann ich verbessern, indem ich ein ORTF-Mikrofon nehme, das ist das ORTF-Mikrofon. Bei tiefen Frequenzen sehe ich den Abstand zwischen den beiden Mikrofonen nicht, da verhält er sich praktisch wie ein XY-Mikrofon. Bei höheren Mikrofonen zählt der Abstand zwischen den Mikrofonen dann bereits und es verhält sich wie ein AB-Mikrofon. Das ist dann was, was wahrscheinlich breite Nieren verwendet. Und das ist ein Groß-AB, unten Mono, oben D-Korreliert. Und so kann ich eine ganze Menge ausrechnen. Ich lade euch ein, das mit dieser App zu tun, auf der Homepage ima.chaps.de oder eben für iPhone oder iPad. Ja, jetzt kommen wir zu den Mikrofonanordnungen, die da so entstehen aus dieser Überlegung. Und ich fange mal an mit etwas ganz Aktuellem. Wir haben gerade ein paar Beispiele gesehen für Horizontal-B-Format-Mikrofone, die ja, wie gestern besprochen, eigentlich so ungenau sind, dass sie eigentlich eher koinzidente Hauptmikrofone sind. Und ein koinzidentes Hauptmikrofon, das kann ich auch wieder berechnen mit dem Image Assistant. Wie viel Signaltrennung habe ich, welchen Aufnahmewinkel bekomme ich. So sollte man das mit einem First-Order-Mikrofon oder mit einem Horizontal-B-Format-Mikrofon machen. Und hier sehe ich ein Horizontal-B-Format-Mikrofon, nämlich das WMS-Mikrofon. Ich habe gerade ein Foto draußen geschossen, was ich hier in die PowerPoint eingebaut habe. WMS ist nichts anderes als Horizontal-B-Format. Ich habe jetzt nur diese B-Format-Signale W und X, das heißt die Kugel bzw. Y, die nach hinten schauende 8, umgerechnet in zwei Nieren, damit ich etwas tonmeisteraffiner schon von MS ausgehe und nicht von Kugel 8. Also gleich eine Niere verwende, die nach vorne schaut, damit ich direkt zweikanalkompatibel bin. Mathematisch aber genau dasselbe, das heißt hier habe ich Horizontal-B-Format und jetzt gibt es natürlich ein paar, die jetzt koinzident auch 3D-mäßig arbeiten wollen und für die habe ich hier dieses experimentelle Triple-MS-Setup gebastelt. Das heißt, hier kann ich MS nicht nur nach vorne und nach hinten machen, sondern auch nach oben und unten. Sprich, wir haben ein viertes Mikrofon hinzugefügt, eine 8, die nach oben und unten schaut. Das ist dieses zusätzliche Mikrofon auf der rechten Seite, was dafür sorgt, dass jetzt eben nicht nur die Horizontalebene, sondern die ganze 3D-Ebene beschickt werden kann. Das ist nichts anderes als ein First-Order-Ambisonics-Mikrofon. Ja, mir ist es aber lieber, wenn ich ein paar Abstände zur Verfügung haben darf, dann ist es einfach sehr viel einfacher, hier einen schönen, dekorrelierten Klang zu kriegen. Dazu zwei kleine Beispiele. Hier das OCT-Surround, was basiert ist auf OCT. Ich habe hier die Abstände 8 Zentimeter und 40 bis 100 Zentimeter. Da ist das OCT-Mikrofon für bekannt. Und nach oben sind hier vier Supernieren, auch wieder so angerichtet, dass höchste Signaltrennung, höchste Dekorrelation stattfindet und tatsächlich auch höchster Schutz vor Crosstalk. Das heißt, wenn unten etwas spielt, dann ist in den oberen Signalen Ruhe. Das ist eine schöne Eigenschaft der sehr bündelnden Superniere. Und das ist sehr, sehr wichtig für eine schöne, diskrete Abbildung. Das sieht man in diesem Bild hier. Hier habe ich mal den Direktschall und die ersten Reflektionen simuliert, die in einer OCT-9-Anordnung oder OCT-3D-Anordnung aufgenommen werden und von den Lautsprechern wiedergegeben werden. Das heißt, der Direktschall wird hier neunmal aufgenommen und wird dann jeweils wiedergegeben. Sie sehen, dass die vier anderen gar nicht auftauchen, weil die Abschattung der Supernieren so groß ist. Hier ist das Signal sehr diskret in einem Lautsprecher und die anderen Lautsprecher sind sehr schön gedämpft. Die erste Reflektion kommt schön aus einer anderen Richtung und zwar nur in zwei Lautsprechern und die anderen Reflektionen sind auch sehr leicht zu erkennen, sodass das Gehör eine tolle Möglichkeit hat, hier einen diskreten Reflektionsmuster zu erkennen. Und das klingt natürlich sehr natürlich. Und das ermöglicht dem Gehirn dann auch zu sagen, wie tief spielt der Musiker und wie groß ist der Raum, weil das die natürlichen Reflektionsmuster sind. Ein anderes Beispiel für ein 3D-Mikrofon ist hier das Decca Tree Array. Neun Kugeln wird jetzt manchmal in der klassischen Musikaufnahme eingesetzt. Das hat so seine Tücken, weil natürlich hier neunmal dasselbe Signal kommt. Das heißt, hier wird tatsächlich auch mit sehr großen Abständen gearbeitet, eher damit schon wieder mit dem 1 durch R gesetzt, das Schallsignal hinten schon wieder leiser ist. Das heißt, die typische Erweiterung des Decca Tree Mikrofons auf 3D und das Reflektionsmuster von diesem Mikrofon, wie zu erwarten, schaut so aus. Das heißt, hier wird es sehr schnell sehr hallig. Das ist auch eine gute Eigenschaft natürlich von einem Decca Tree Mikrofon, weil ich kann natürlich hier vor wunderbar eine Stütze setzen und das wird hier nichts zerstören. Das ist praktisch wie ein schönes Hallgerät im Raum eingesetzt. Ja, das sind Beispiele, wie es jetzt für ein Atmo-Mikrofon gehen könnte. Das ist praktisch dasselbe Prinzip, Pegel- und Laufzeitdifferenzen. Ich habe hier nicht den Center genommen, weil ein Atmo-Mikrofon eigentlich nicht den Center-Mikrofon braucht, sondern eine gleichmäßige Abbildung. Hier wird auch demokratisch in alle Richtungen geschossen. Und das ist das Ur-Setup, was auch der Martin Mayer sehr präferiert für seine Aufnahmen in der klassischen Musik und was aber in den Windkorb schlecht reinpasst. ORTF heißt deshalb, weil hier ORTF-mäßig Pegel- und Laufzeitdifferenzen erzeugt werden. Für die Fußballleute und auch für die Atmo-Leute, die das im Windkorb mitnehmen wollen, haben wir uns dann des Wissens zunutze gemacht, dass in der Vertikalebene die Trennung nicht ganz so wichtig ist wie in der Horizontalebene, weil hier unsere Ohren sind. Das heißt, die Korrelation in dieser Richtung hört man nicht ganz so relevant. Das heißt, wir konnten da ein XY draus basteln, was man hier sieht. Und der Rest der Geometrie ist geblieben. Das sieht man auch mal hier. ORTF-3D schaut jetzt genauso aus, dass wir hier diese vier Supernieren haben. Schaut genauso aus wie ORTF-Surround in der Draufsicht. Und wir haben diese vier XY-Pärchen, die dann aus dem Ganzen ein 3D-Mikrofon machen. Das ist eine der Grundlagen für VR, die jetzt der Hannes weiterverwenden wird. Und dann übergebe ich mal im fliegenden Wechsel zu ihm, dass wir da durchkommen. Jawohl, danke Helmut. Wie gesagt, Hannes Dieterle ist mein Name. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier auch was reden darf. Also ich wurde ja schon sehr gut vorbereitet von Florian Kammerer und Helmut zum Thema 3D-Stereophonie. Ich gehe jetzt noch ein bisschen spezieller auf die 3D-Stereophonie und andere Techniken bei VR ein. Ja, ich verwende VR in dem Sinne als Sammelbegriff für verschiedene Formate, die wir haben. Also es geht hauptsächlich um diese Brillen. Hier mal ein Beispiel, auf das ich nicht eingehe, wie man es nicht verwenden sollte, denke ich. Sondern Hauptanwendung, also der Name Virtual Reality meint vor allem das hier. Also es ist ein animiertes Spiel in 3D. Das ist interaktiv. Man sieht seine Hände, hat zwei Controller, kann Sachen bewegen, kann sich verhalten wie in einer virtuellen Realität eben. Und man kann sich vor und zurück bewegen. Diese Brillen kann man aber auch für das hier verwenden. Das ist ein 360-Grad-Video. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Es wird mit einer 360-Grad-Kamera aufgezeichnet. Es ist nur bedingt interaktiv. Also je nachdem, was man da reinbaut als Programmierer. Es sind meistens nur kleine Features interaktiv. Ansonsten ist es eher ein lineares Medium wie der Film. Und man kann seinen Kopf drehen und sich umblicken. Und dann gibt es noch Mixed Reality, Augmented Reality und Weiß der Kuckuck. Auf die gehe ich jetzt nicht weiter ein. Die haben aber alle dasselbe Zielformat für den Ton. Und zwar 3D-Audio, binaural mit Headtracking. Das heißt, wir haben ein Kopfhörerformat, das sich vom Klang her den Bewegungen, den Kopfhörerzonen anpasst, in Echtzeit. Und man könnte sich da durchaus auch ein Lautsprecher-Setup vorstellen für diese Anwendung. Wäre aber aufgrund der Größe und der Praktikabilität nicht besonders sinnvoll. Außerdem hätte man den Raum noch mit drauf und man könnte keine große Nähe darstellen. Deswegen ist binaural mit Headtracking unser Mittel der Wahl für VR. Wie bekommt man das hin? Wie kriegt man so ein binaurales Signal? Da gibt es die sogenannten Spatializer-Plugins. Ich habe hier mal ein paar verschiedene kommerzielle Spatializer hingepostet. Es sind bestimmt nicht alle, aber die, die mir so bekannt sind im Weiteren. Ja, was machen diese Spatializer? Sie sind ein Plugin für eine Games-Engine, wie zum Beispiel Unity. Das sieht dann relativ unspektakulär aus. In Unity wählt man in dem Audio-Manager einfach ein Plugin aus, das man vorher installiert hat. Hat dann ein paar Optionen und den Rest macht eigentlich das Plugin für einen. Man muss den Ort angeben, wo man eine virtuelle Klangquelle positioniert in dem virtuellen Raum. Hat dann noch Raummöglichkeiten und so weiter. Hinter dem Vorhang passiert im Grunde das hier. Also wir haben eine virtuelle Klangquelle da oben. Wir haben Metadaten, nämlich den Abstand, den Winkel und zwar in 3D. Also wir haben den Azimut-Winkel und den Elevationswinkel. Und unser Spatializer berechnet dann die Signale für das linke und das rechte Ohr in Echtzeit. Ja, genau. Und was für Signale sind das überhaupt? Also in der Virtual Reality-Anwendung, was haben wir da für Signale? Ich habe die jetzt mal als Klangenelemente wieder aufgeteilt in VR und 360-Grad-Video. Das sind im Grunde zum einen Objektsounds, also Dialog, Geräusche, Foley-Sounds, ein bisschen Effekte in Mono. Effekte, habe ich darunter geschrieben, kann so ziemlich alles sein. Das kann was Programmiertes sein, das kann eine Binaural-Kunstkopfaufnahme sein. Und dann gibt es was, was sehr wichtig ist für VR-Produktionen, das ist Atmo. Atmo erzeugt uns Immersion, da komme ich auch später noch darauf zu sprechen. Deswegen für unser Medium hier sehr wichtig. Beim 360-Grad-Video ist das genau dasselbe. Da kommt nur aus praktischen Gründen eins dazu. Das ist im Grunde ein 3D-Hauptmikrofon. Warum? Wir haben einen Bezugspunkt durch die 360-Grad-Kamera, an welchem der Klang besonders interessant ist. Das haben wir bei VR nicht. Deswegen ist es hier gut, schon mal Direktschall und Atmo an einer Stelle aufzuzeichnen. Das kann man auch für eine Musikanwendung machen. Deswegen kommen dann auch Stützen dazu. Also 3D-Hauptmikrofone und Stützen, eine urklassische tonmeisterliche Tätigkeit. Und wo ist jetzt hier die Mehrkanal-Mikrofonie? Also ich habe gesagt, die da oben sind Mono-Effekte. Das kann alles Mögliche sein, können wir nicht pauschalisieren. Aber Mehrkanal-Mikrofonie ist vor allem bei Atmo und 3D-Hauptmikrofon entscheidend. Ich könnte natürlich sagen, ich baue mir eine Atmo oder ein Hauptmikrofon aus verschiedenen Punktquellen. Das Problem ist aber, da die ganzen Signale in Echtzeit berechnet werden, kommt so ein Handy zum Teil, das als Mietergabe im Medium verwendet wird. Oder auch Rechner, weil es sind Faltungen und relativ anspruchsvolle Dinge, die da passieren auf digitaler Ebene, kommt da schnell an seine Grenzen der Ressourcen. Deswegen muss man da ein bisschen einsparen mit der Anzahl der Audioobjekte. Deswegen ist die Mehrkanal-Mikrofonie hier sehr nützlich, weil da braucht man nicht so viele Quellen. Ja, was sind das für Busse, in die wir da sozusagen reinmischen? Also als Tonmeister sozusagen brauchen wir ja immer einen Bus, auf den wir mischen. Für VR-Mikrofontechnik ist es für die Audioobjekte, die in Mono sind, die diegetischen Punktquellen. Die habe ich schon erklärt. Das ist das, was der Spatializer umsetzt. Diegetisch heißt, übersetzt so viel wie Teil der Geschichte. Das heißt einfach, dass diese Punktquelle fest im Raum platziert wird. Also wenn man seinen Kopf dreht, ändert sich der Bezug zu dieser Quelle, aber er bleibt sozusagen im virtuellen Raum an derselben Stelle. Das Gegenteil wäre nicht diegetisch. Das könnte man zum Beispiel für einen Erzähler oder für eine Hintergrundmusik-Anwendung sich vorstellen. Das bedeutete, dass sich die Punktwelle mitdreht mit den Kopfbewegungen. Also diegetisch ist das, was wir meistens brauchen. Für Mehrkanal-Mikrofonie ist unser Zielformat dann ein virtuelles Lautsprecher-Setup. Also wie eine Stereophone-Abhöhe haben wir hier diegetische virtuelle Lautsprecher. Wo kann man die platzieren? Also das ist eigentlich offen. In den meisten Fällen genügt sowas hier. Also wir haben hier den Bezugspunkt in der Mitte dargestellt mit der Frontrichtung. Und jetzt werden einfach außenrum würfelförmig acht Punktquellen symmetrisch angeordnet. Also das ist wie eine Abhöre in einer 9.1-Anlage in etwa. Also die Eck-Lautsprecher davon. Und man kann das als Bus verwenden für Mehrkanal-Mikrofonie. Gut, ich habe jetzt quasi postuliert, dass diese Lautsprecher mehr oder minder immer das Zwischenformat sind. In VR denken sich bestimmt einige von euch, was ist eigentlich mit Ambisonics? Also wenn man über VR-Produktion redet, denken eigentlich ganz viele Leute automatisch Ambisonics. Das muss man ja verwenden. Ja, natürlich ist Ambisonics für VR ein sehr nützliches Tool. Also Florian Kammer hat schon gesagt, man kann damit sehr gut Rotationen gestalten zum Beispiel. Und andere Dinge noch machen. Es ist auch, insofern hat Ambisonics einen großen Vorteil in der Schallfeld-Reproduktion im Vergleich zur Wellenfeld-Synthese, dass es im Sweetspot besonders gut funktioniert. Und für VR können wir den Sweetspot uns hinlegen, wo wir ihn wollen. Nämlich da, wo der Hörer ist im besten Fall. Aber der Begriff Ambisonics sorgt in sozialen Medien und in Diskussionsforen oft für Verwirrung. Viele Leute denken, okay, wenn ich Ambisonics verwenden will, brauche ich ein Ambisonics-Mikrofon. Ist ganz klar. Also eigentlich ist Ambisonics, was sehr vielseitig ist, kann also Unterschiedliches bedeuten. Es kann sein, dass es sich tatsächlich um ein Mikrofon-Array handeln kann. Es kann aber auch ein Bus sein, auf den man mischt. Ist wahrscheinlich die bessere Anwendung im VR-Bereich. Oder das Wichtigste eigentlich, über das man reden muss im VR-Bereich. Es kann auch ein Dateiformat sein, also eine Ausgangs- oder Eingangsdatei. Es kann sich um Ambisonic-Effekte drehen. Man kann über den Ambisonics-Encoder oder Decoder reden. Also Ambisonics kann vieles bedeuten. Man braucht kein A-Format-Ambisonics-Mikrofon, um mit Ambisonics zu arbeiten in der VR-Technik. Ich erläuter das mal anhand von ein paar Beispielen der Anwendung. Also wir haben jetzt hier ganz links das Mikrofon-Array und rechts den Ausgang. Und das erste Beispiel ist ein First-Order-Ambisonics-Mikrofon, das zu einer Games-Engine geleitet wird. Und dann letztendlich zu einem Spatializer, der daraus ein kopfbezogenes Binaural-Signal erzeugt. Also wenn wir ein First-Order-Ambisonics-Mikrofon haben, ich habe hier drei verschiedene mal dargestellt. Das ist ein Tetraeder-Mikrofon, das ist das gängigste dieser Mikrofone. Das erzeugt ein A-Format-Signal. Dann gibt es auch ein natives B-Format-Mikrofon, kann man aufbauen. Man kann ein Triple-MS aufbauen, da hat Helmut gerade kurz was darüber erzählt. Und dieses Roh-Format kann man dann enkodieren in ein First-Order-Ambisonics-B-Format. Und das ist im Grunde jetzt ein Zwischenformat, also ein Bus, mit dem wir arbeiten. Also kein First-Order-Ambisonics-Mikrofon mehr. Jetzt hier sind wir quasi schon in einem Zwischenformat-Ambisonics. Gut, was machen wir dann damit? Letztendlich müssen wir es ja dekodieren, damit es wieder auf die Kopfhörer kommt. Was ist jetzt hier das Zielformat, bevor wir es an den Specializer weitergeben? Das Zielformat sind wieder unsere virtuellen Lautsprecher, über die ich schon geredet habe. Und diese können dann als Punktquellen jeweils an den Specializer weitergegeben werden, in den verschiedenen Richtungen. Und das summiert ergibt dann das Kopfhörersignal. Manche dieser Specializer-Plugins haben auch schon einen Ambisonics-Bus-Input. Was macht man dann mit dem B-Format? Man routet es einfach hin, ist klar, ganz einfach. Intern macht aber dieser Specializer wieder genau dasselbe. Er dekodiert auf die virtuellen Lautsprecher und setzt diese dann einzeln wieder um. Da gibt es Methoden, Bruce Wiggins hat es zum Beispiel vorgestellt, dass man das direkt umrechnen kann. Aber das ist im Grunde nur eine mathematische Vereinfachung. Faktisch passiert eigentlich immer das, dass dieses B-Format über diese virtuellen Lautsprecher zum Specializer weitergegeben wird. Wenn wir jetzt ein Higher-Order-Ambisonics-Mikrofon haben, also Ambisonics der Ordnung 2 oder höher, dann verwenden wir als Zwischenformat ein Higher-Order-Ambisonics-Bus. Also genau dafür gibt es spezielle Encoder, die kommen meistens mit dem Mikrofon mit. Also eine bestimmte Anzahl von Halbkugeln oder Nieren wird da über den Encoder auf dieses Zwischenformat umgesetzt. Und was machen wir dann hier mit dem Decoder? In welches Zielformat gehen wir hier? Es sind wieder die virtuellen Lautsprecher. Gut, jetzt hier ist es wieder ein Würfel. Für Higher-Order-Ambisonics gibt es bestimmt auch noch bessere Möglichkeiten. Da könnte man sich die Flächen eines Eco-Siders vorstellen. Also ein Körper, der mehr Punkte hat, die equidistant sind. Und die geben wir dann wieder einzeln als Punktquellen an den Spatializer weiter. Für ein Stereophones-Array, Florian Kammer hat es schon gesagt, kann man das genauso machen. In dem Fall wird es sogar noch einfacher. Also wir haben hier das Beispiel vom ORTF-3D. Das ist 8x Superniere. Das können wir eigentlich direkt auf diese virtuellen Lautsprecher hinrouten. Und die dann einzeln als Punktquellen an den Spatializer weitergeben. Ja, jetzt ist der Spatializer nicht die einzige Anwendung, die wir hier brauchen. Ich für 360-Grad-Videos zum Beispiel ist auch ein 360-Grad-Video-Player wichtig. Ich nehme jetzt mal als Beispiel YouTube. YouTube hat einen First-Order-Ambisonics-Buzz-Eingang. Also die Kanäle W, X, Y und Z. Wenn wir jetzt wieder ein First-Order-Ambisonics-Mikrofon haben, wie eins dieser drei, dann müssen wir wieder dieses Zwischenformat, B-Format einfach dahinrouten. Was macht YouTube intern? Wieder genau dasselbe. Es wird in virtuelle Lautsprecher umgesetzt über den Decoder. Und dann werden diese Punktquellen mit HRTFs gefalten. Und es wird ein Kopfhörersignal draus gemacht. Also auch hier haben wir die virtuellen Lautsprecher. Gut, Vorschau habe ich hier geschrieben. Higher-Order-Ambisonics zu YouTube. YouTube hat es noch nicht für alle zugänglich gemacht. Die schreiben auf ihrer Website, dass it will support higher-order-ambisonics, 9-plus-channels in audio in the future. Also sie wollen das machen. Und als Note steht noch, Support for higher-order-ambisonics is currently experimental. Also es gibt schon auf manchen YouTube-Videos bereits Beispiele, die es verwenden. Googles 360-Grad-Player, der Jump-Inspector, kann schon dritte Order. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass es bald zu YouTube kommt. In dem Fall könnte man dann ein Higher-Order-Ambisonics-Mikrofon nehmen, das in das Zwischenformat Higher-Order-Ambisonics encodieren und dann direkt damit verbinden. Genauso könnte man es dann mit dem Stereophon-Array, wie dem ORTF-3D machen. Allerdings müsste man hier als Zwischenformat die virtuellen Lautsprecher modellieren und dann danach encodieren, nach Higher-Order-Ambisonics als Zielformat und das dann an YouTube geben. Ja, also man merkt, diese virtuellen Lautsprecher sind überall, Ambisonics ist überall. Sogar in dem Spatializer drin ist sozusagen beides. Also wir haben in dem Spatializer einerseits die Head-Tracker-Daten, wir haben das Audio-Objekt, das besteht aus einem Monosignal und der Metadata, also Winkel und Abstand und so weiter. Und das wird auch in dem Spatializer intern in Higher-Order-Ambisonics encodiert, kann dann zum Beispiel rotiert werden über die Head-Tracker-Daten und wieder dekodiert werden in virtuelle Lautsprecher, die dann einzeln gefalten werden und das Kopfhörersignal bilden. Also wir sehen, man braucht kein Ambisonics-Mikrofon, um Ambisonics zu verwenden, um die Vorteile von Ambisonics auszunutzen in der VR-Anwendung. Also die virtuellen Lautsprecher kommen eigentlich überall vor, ob man es jetzt mitkriegt oder nicht als Anwender. Ja, jetzt habe ich aber sehr viel über die Theorie der Formatik geredet, kommen wir mal wieder zurück zur Praxis ein bisschen mehr. Was brauchen wir eigentlich, wenn wir VR-Mikrofontechnik machen? Was sind die Anforderungen? Es ist ja bei der virtuellen Realität klar, das Wichtigste ist, wir simulieren uns eine möglichst naturgetreue Umgebung virtuell. Und der Ton ist dabei extrem wichtig, das ist ähnlich wie beim Film, da gibt es das berühmte George Lucas-Zitat, wie war das? The sound and music are 50% of the entertainment in a movie. Also bei VR ist es bestimmt noch mehr, also es ist sehr wichtig. Neben dem ganzen Realismus, allerdings muss man auch sagen, es sollte auch schön klingen und darauf muss man genauso achten. Also Realismus ist sehr wichtig, es sollte trotzdem schön klingen und da kommt wieder tonmeisterliche Arbeit ins Spiel. Am besten natürlich beides, ist klar. Ja, aber wenn man jetzt diese naturgetreue Simulation erzielen will, würde ich sagen, sind zwei Dinge besonders wichtig, Lokalisation und Immersion. Lokalisation ist klar, den optischen Cue, den man bekommt, der sollte mit dem akustischen Cue übereinstimmen. Man sollte das orten können, was man sieht unter der Brille. Immersion ist das Gefühl, das Gefühl dabei zu sein. Also man sollte sich in dem Geschehen eingehüllt fühlen. Was braucht man dazu? Für Lokalisation, habe ich schon gesagt, ist das Wichtigste. Der optische Cue sollte zu dem akustischen Cue passen. Bild und Ton sollten übereinstimmen. Das heißt für uns in der Mikrofontechnik, Aufnahmewinkel sollte ungefähr dem Wiedergabewinkel entsprechen. Die Entfernungen sollten realistisch klingen. Also wenn ich in einer großen Kirche bin und ich sehe was ganz weit weg unter der VR-Brille, höre es aber knalltrocken, hier, dann passt es nicht zusammen und meine Lokalisation stimmt dann auch nicht so ganz. Da können frühe Reflexionen sehr helfen. Also die frühen Reflexionen sollten auch passen zu der Umgebung, in der ich mich befinde und die helfen uns dann sogar bei der Lokalisation unterbewusst. Also psychoakustisch sind frühe Reflexionen dienlich für die Verbesserung von Lokalisation. Ja und im Gegensatz zum Film gibt es keine bevorzugte Richtung. Also ich habe keinen Center-Loud-Speaker, aus dem die Dialoge kommen. Das heißt, wir brauchen eine rundum gleichmäßige Abbildung bei der Mikrofonie-Technik. Um Immersion zu erhalten, ist vor allem die Einhüllung wichtig. Also Einhüllung, das englische Stichwort, das da überall rumgeistert, das Envelopment. Man muss das Gefühl haben, dass man mittendrin ist. Wie schafft man das? Da hilft es, die Signale, die Fußfelder stark zu dekorrelieren. Dekorrelation heißt, die Signale aus allen Richtungen sollten möglichst wenig miteinander zu tun haben. Neben dem sollte auch der Raumklang realistisch sein. Also darüber habe ich schon geredet. Es muss irgendwie zusammenpassen, was man sieht und was man hört. Und auch die Lokalisation ist entscheidend, weil wenn die Lokalisation nicht passt, leidet meine Immersion darunter und ich fühle mich nicht mehr hineinversetzt. Also das sind die Sachen, die man beachten muss, die Anforderungen. Wie setzen wir diese Anforderungen jetzt um? Für mehr Kanalmikrofonie, also für die Atmo und für die Hauptmikrofonanwendung. Ich habe die jetzt mal in vier Gruppen aufgeteilt. Da gibt es vier Systeme, würde ich mal sagen, so grob. Vielleicht gibt es noch mehr, die ich nicht kenne, aber das sind die vier, auf die ich mich jetzt beschränke. Einerseits die First Order Ambisonics Mikrofone, die High Order Ambisonics Mikrofone, 3D Stereophonie und zusammengesetztes Stereophonie. Ich werde euch jetzt zu all diesen Beispielen kurz die Funktionsweise Vor- und Nachteile aufzeigen und dann wird es auch was zu hören geben. Gehen wir zuerst zu den First Order Ambisonics Mikrofonen. Die funktionieren im Grunde, man erzeugt Gradienten in erster Ordnung im Decoder durch Beamforming, heißt so viel wie, wir erzeugen uns ein virtuelles Mikrofon, das ist irgendwo zwischen Kugel und 8, das könnte eine Superniere sein zum Beispiel und es ist ein koinzidentes Verfahren wie ein XY-Mikrofon und die Sache ist halt die, dadurch, dass es nur Gradienten in erster Ordnung sind, also irgendwas zwischen Kugel und 8, sind die Beams auch nicht besonders scharf, das heißt, wir haben eine relativ hohe Kanalkorrelation, die man damit erhält. Vorteile sind klar, sie sind sehr klein und handlich, man kann sie schnell mal in den Rucksack packen für 360-Grad-Videos, das ist super, man kann sie gut verstecken, weil die 360-Grad-Kamera ja überall hinblickt, braucht man Punkte, wo man so ein relativ kleines Mikrofon gut verstecken kann, also das hilft uns, des Weiteren haben wir wenig Kanäle, es sind vier Kanäle, die wir aufzeichnen müssen, man braucht einen kleinen Recorder, man hat nicht so viele Files am Ende und braucht nicht so viel Rechenleistung und so weiter, sie sind verhältnismäßig günstig zu allem anderen, was man so verwenden kann, aber sie haben halt auch Nachteile, den einen Nachteil, da hat Helmut gestern was dazu erzählt, der Sweetspot ist in den meisten Fällen kleiner als der menschliche Kopf, das auch damit zu tun hat, dass die Auflösung, die wir brauchen, um dekorrelierte Atmosignale zu erstellen, einfach nicht ausreichend ist, wir haben zu viel Kanalkorrelation, das führt dann zu einer limitierten Einhüllung und auch, was noch viel schlimmer ist, zum Teil zu Kammfiltern, wenn man den Kopf dreht, also wenn korrelierte Kanäle aus den Richtungen kommen von den virtuellen Lautsprechern und man addiert die auf an den Ohren, kann man sich vorstellen, wenn das korreliert ist, entstehen Kammfilter und wenn man dann den Kopf dreht, verschieben sich diese Kammfilter und das ist ein Facing-Effekt, der sehr unschön klingt. Deswegen gibt es natürlich die Lösung, man nimmt Higher Order im Bisonics-Mikrofone, die funktionieren ähnlich, sie machen auch Beamforming zur Kanaltrennung, es ist auch ein nahezu koinzidentes Verfahren, also die Abstände hier sind schon vorhanden, aber sie sind nicht besonders groß, also in dem größten Frequenzbereich haben wir ja auch ein koinzidentes Setup, aber, und das ist entscheidend, hier sind scharfe Beams möglich, das heißt, wir können tatsächlich dekorrelierte Kanäle erzeugen. Ja, vorteilig, sie sind ebenso relativ klein, wie gesagt, man kann eine relativ gute Räumlichkeit erzeugen, weil die Kanäle sehr gut dekorreliert sind, nachteilig, wir haben hier ganz viele Mikrofone, das heißt halt, also Wandler, das schlägt sich einfach im Preis nieder, wenn ich eine Unmenge von Wandlern brauche, kostet das Ding einfach Geld und weil diese ebenso viele Wandler da sind, muss man dann wieder ein bisschen an der Qualität dieser Wandler sparen, was sich auch dann im Gesamtklang dieser Arrays leider bemerkbar macht, deswegen, es liegt vor allem daran, dass sich das Rauschen addiert, wenn wir Beams bilden, also wenn wir Beamforming betreiben, ist immer eine Differenz der Signale beteiligt und bei Differenzen wird das Rauschen meistens sehr stark verstärkt durch die kleinen Zahlen, die da entstehen. Ja, dann gibt es noch die 3D-Sterephonie, die funktioniert, haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört beim Mikroforum hier, indem man Abstände dazu nimmt, also nicht jede Sterephonie natürlich, aber die 3D-Sterephonie, die wir für gut befinden, für eine VR-Anwendung, nimmt Abstände mit dazu. Was macht das mit dem Gesamtklang? Wir haben nicht mehr nur Pegeldifferenzen, wir bekommen auch noch Laufzeitdifferenzen und erzeugt natürlich eine höhere Kanaldekorrelation und wir brauchen nur eine begrenzte Anzahl von Schallwandlern im Vergleich zum Higher-Order-Ambisonics-Mikrofon reichen hier zum Beispiel beim ORTF-3D-8. Das heißt, wir können auch viel hochqualitative Revantler verwenden oder weniger qualitative und dann Geld sparen, ist auch möglich, kann man natürlich auch machen. Vorteile, habe ich schon gesagt, wir kriegen eine gute Kanaldekorrelation, wenn das Sterephone-Array entsprechend gut aufgebaut ist, kann in einem optimalen Raumklang resultieren und wenn dieses Sterephone-Setup gut aufgebaut ist, bekommen wir auch eine gute Lokalisation hin, die jetzt nicht schlechter sein muss als ein Higher-Order-Ambisonics-Mikrofon oder ähnliches. Nachteile, wenn man gute Wandler verwendet, ist es auch relativ teuer, durch die Abstände kommt natürlich eine größere Gesamtgröße hinzu, dadurch wird es weniger transportabel, weniger leicht zu verstecken für 360-Grad-Videos, also man hat einfach ein größeres Drum, mit dem man umgehen muss, gibt es jetzt für 360-Grad-Videos schon Lösungen, man kann Video-Stitching betreiben, einmal ohne das Mikrofon, einen Shot machen, einmal mit und dann das zusammensetzen nachher, gibt es Lösungen, aber das sind die, die man ansprechen muss. Wir denken trotzdem, dass wir, um unsere zwei Hauptanforderungen bei VR zu erfüllen, das Sterephone-Ansatz der beste ist, einfach, weil er am besten klingt und das ist ja auch wichtig. Um das zu zeigen, kommen wir mal zu unserer ersten Demo, wir haben dafür extra die Sheps Jazz Band Wrong & Strong gegründet, sind und das Firmengebäude in den Gewölbekeller dort gegangen, haben dort das ORTF-3D, eine Kamera und ein First Order Ambisonics Mikrofon aufgebaut und vergleichen jetzt First Order Ambisonics mit ORTF-3D. Dabei kam in beiden Fällen der gleiche Spatializer zum Einsatz, dass der Vergleich fair ist. Wir haben da DIR-VR verwendet, das hat für uns sehr gut funktioniert, klanglich. Für das First Order Ambisonics Mikrofon mussten wir noch die Lautsprechersignale erzeugen, die virtuellen. Dafür haben wir Wigware verwendet als Decoder und bei den Beispielen wurde keine Q oder Kompressor verwendet. Ja, und wir haben jetzt natürlich nicht ganz viele VR-Brillen hier, sondern Kopfhörer, aber immerhin super, dass der VDT uns damit ausgestattet hat. Das heißt halt, es gibt kein Headtracking, sondern es gibt ein starres Bild mit dem zugehörigen Binauralton, aber man kriegt so ein bisschen den Eindruck, wie es wäre, wenn man eine Brille aufhätte. Wir haben versucht, die Kopfbewegungen möglichst langsam zu halten, damit ihr alle nicht sehkrank werdet, weil es wird man da relativ schnell, es wird unangenehm, wenn das zu schnell von links nach rechts schwingt. Also ihr könnt jetzt die Kopfhörer aufsetzen und ich zeige euch jetzt die Beispiele nacheinander. Zuerst First Order Ambisonics, dann das ORTF 3D und dann kommt nochmal das Beispiel mit schnellem Wechsel und dann kann man es nochmal gut hören. Zuerst First Order und dann kommen wir Gut, also ich glaube, man konnte beim ersten Beispiel Klangverfärbungen hören durch Phasing. Beim ORTF-3D, das klang vielleicht ein bisschen weniger auffällig, aber wesentlich natürlicher. Die Einhüllung funktioniert viel besser, weil ich weiß nicht, irgendwas hat gerauscht im Raum. Man hat ein bisschen das durchgehört, aber ja. Und auch die Lokalisationsschärfe beim ORTF-3D ist einfach besser, weil beim First-Ordebisonics-Mikrofon eben so viele korrelierte Signale auftauchen, das hilft uns bei der Lokalisation eben auch nicht besonders. Also ich zeige euch dasselbe nochmal, Kopfhörer bitte auflassen. Mit schnellen Wechseln, dann hört man es noch besser. 1, 2, 3, 4 Gut, also man muss natürlich dazu sagen, für First-Ordebisonics war das jetzt auf jeden Fall ein Worst-Case-Szenario. Wir haben diese breitbandige Snare-Drum, die das komplette Spektrum ausfüllt und da hört man die Kammfilter natürlich sehr gut. Würde man vielleicht in einem anderen Beispiel nicht so gut hören, da haben wir auch eins dabei. Das ist jetzt eine Atmo-Aufnahme in der Kletterhalle The Rock in Karlsruhe aufgenommen. Dort hatten wir zwei verschiedene First-Ordebisonics-Mikrofone aufgebaut, auch das Triple MS von Schöps, das hören wir jetzt. Um den Vergleich fairer zu machen, wir würden es sonst wahrscheinlich nicht als solches verwenden, sondern lieber das ORTF-3D verwenden. Also wieder der Vergleich ORTF-3D gegen Ambisonics. Achtet diesmal vor allem auf die Einhüllung, also die Weite des Raumklanges. Diesmal wieder nur schnelle Wechsel. Okay. Ja. Also, wenn man nicht schnell umschaltet, hört man das nicht so extrem. Also die Klangverfärbungen waren schon sehr extrem jetzt, wenn umgeschalten wurde. Wenn man sich ein bisschen an Sound gewöhnt hätte, wäre es wahrscheinlich nicht so extrem. Aber man hört auch hier die Kampffilter, also die Klangverfärbungen. Und auch der Raum wird einfach enger, weil es ein koözidentes Verfahren ist, gegen ein Verfahren mit Raumklang. Ja, kurze Zwischenfrage, ich muss mich kurz fassen. War das jetzt das Triple MS-First-Order oder war das das Sound-Philie? Das war das Triple MS gerade. Gut. Wir haben nämlich noch eine Rubrik, und die muss ich noch abarbeiten sozusagen. Die kann man als zusammengefetztes Stereophonie bezeichnen. Die bietet sich einfach sehr gut an für die Anwendung VR oder vor allem 360-Grad-Videos. Manche nennen das auch irgendwie Quad, Stereo oder irgendwas. Also ich habe hier mal eine kleine 360-Grad-Szene skizziert. Da packen wir jetzt einfach eine Kamera rein. Das kann jetzt eine normale Kamera sein, muss keine 360-Grad-Kamera sein. Und fixieren daran, an einer Bar oder so, ein stereophones Setup mit entweder zwei Kanälen oder vier Kanälen, wenn man die Höhe mit dazu nehmen will. Also im Idealfall vielleicht ein XY, das nach oben und unten schaut, in ORTF-Ausrichtung. Und was macht man dann? Man filmt zuerst die eine Richtung. Schaut, bis das alles passt aus dieser Richtung. Bis man im Grunde ein Ergebnis hat, mit dem man zufrieden ist. Dann geht man zur nächsten Richtung, filmt da die dritte Richtung und die vierte Richtung. Nehmt man auch noch mit. Alles hintereinander und kontrolliert. Dann darf man auch den Boden und die Decke nicht vergessen. Am besten ohne Stative und Füße. Und dann setzen wir das in der Postproduktion zusammen. Da kann man wieder zum Beispiel unsere würfelförmigen Stereophonen, virtuellen Lautsprecher hernehmen. Und man routet dann entsprechend der Blickrichtung, das sind diese vier umliegenden Kanäle der Würfelseite sozusagen. Also die unteren des Stereophon-Setups zum unteren und das obere jeweils zum oberen. Und dann macht man das für die anderen Richtungen genauso. Und das Video stitscht man zusammen in der Postproduktion. Warum macht man das? Der wichtigste Grund, denke ich, ist, es gibt einen hinter der Kamera plötzlich. Also einen Ort, den man nutzen kann in der Produktion. Zum Beispiel für Lichttechnik, für den Regisseur, der Regieanweisungen gibt. Für das ganze andere Aufnahmeequipment und so weiter. Das muss man jetzt nicht mehr verstecken. Man hat einen Ort, an dem die Kamera nicht hinblickt. Der zweite Grund ist, man kann die Produktion so gestalten, dass man eben die besten Takes aus den verschiedenen Richtungen nimmt, um das dann zusammenzusetzen. Was man dadurch erzielt, ist natürlich eine extrem hohe Kanal-Dekorrelation für die verschiedenen Richtungen. Es sind komplett zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgenommen. Heißt auch, die dekorrelieren komplett. Das hat nichts miteinander zu tun. Ich zeige euch das gleich mal wieder mit Kopfhörer. Wieder in der Kletterhalle. Das Video ist jetzt natürlich ein anderes, weil man kann nicht gleichzeitig das gleiche Video aufnehmen, wenn man viermal hintereinander ein Video aufnimmt. Und deswegen haben wir auch die Kopfrotation ein bisschen anders gemacht. Ähm... Ja, das ist jetzt ein bisschen anders. 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 Ja, also die Geister, die man da gesehen hat, die entstehen natürlich, weil wir nur ganz grob gestitcht haben und die Übergänge haben wir einfach überblendet. Ich denke, man hat gehört, das ist relativ dekorreliert vom Klang her. Aber Problem sind natürlich Reflexionen. Wir haben, ich überspringe das mal, wir haben eine sehr hohe Kanal-Dekorrelation. Das ist der Vorteil erst mal. Der andere Vorteil, den habe ich schon gesagt, gute Lokalisation vorne, also wenn wir ein entsprechendes Telefone-Setup aufbauen, funktioniert die Lokalisation vorne auch gut. Man kann die Mikrofontechnik beliebig erweitern, also man kann da als Tonmeister sich alles mögliche ausdenken, Raummikrofone, Close-Mics, irgendwelche Funkmikrofone und eben ein Hauptmikrofon, was man möchte. Und es ist praktisch, nachteilig, muss man sagen. Es ist viel mehr Postproduktion notwendig. Das kann man jetzt als Nachteil sehen. Für uns als Kreativschaffende kann es natürlich auch ein Vorteil sein, weil das ist eher der Nachteil für den Produzenten. Wir sind ja froh, wenn wir Arbeit kriegen und mit der Arbeit was erreichen können, was besser ist, als das, was man sonst mit einer Echtzeitlösung herstellen könnte. Und das Problem sind natürlich die Reflexionen ansonsten. Wenn wir immer nur aus einer Richtung aufnehmen, nehmen wir ja nicht die Reflexionen von hinten auf in dem Moment. Das heißt, unser Reflexionsmuster passt nicht wirklich zusammen. Genauso geht es der Hüllkurve des Diffusschalls. Also der Diffusschall soll ja so unkorreliert wie möglich sein. Die Hüllkurve des Diffusschalls allerdings, die sollte schon korrelieren, weil sonst stimmt es mit der räumlichen Wahrnehmung auch nicht. Das passt hier natürlich auch nicht, weil wir kriegen von hinten gar kein Signal und da hinten haben wir gar keine Hüllkurve sozusagen, also kein Signal. Das sollte eigentlich korrelieren. Genauso die rückseitigen Übersprechungen. Wenn jetzt, während ich in die eine Richtung was aufnehme, passiert was hinten, höre ich das natürlich auf dem rechten Lautsprecher am Rand. Und das ist natürlich nicht dort, wo der Klang eigentlich herkommt. Also ich kriege da Probleme, kann die aber alle lösen, indem ich für jede Richtung ein 3D-Audio-Array verwende. Und dann ist das eigentlich eine ziemlich gute Sache. Also wir haben eine sehr hohe Kanal-Dekorrelation. Es klingt anständig, vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber gut, das Atmo-Beispiel, das wir gerade gehört haben, ist vielleicht nicht die beste Anwendung. Vielleicht eher ein trockener Raum ist was, wo man das sehr gut verwenden kann. Und ja, wenn man immer ein 3D-Array und Stützen sozusagen verwendet, kann das theoretisch eine richtig perfekte 360-Grad-Aufnahme werden. Dafür habe ich jetzt auch noch ein Beispiel mitgebracht. Also wieder eine klassische tonmeisterliche Tätigkeit sozusagen. Wir haben hier ein Hauptmikrofon mit Stützen. Das war ein Live-Konzert, das monatlich in Karlsruhe stattfindet. Das nennt sich die 360-Grad-Session. Ist in einem Brauhaus und da stehen die Musiker in der Mitte vom Raum. In der Mitte ist auch sozusagen die Kamera. Wir haben dann da noch das ORTF-3D dazu gepackt. Und wir haben zusätzlich, die Firma Rockshop hat da den Ton gemacht und wir durften netterweise mit aufnehmen. Wir haben dann noch die ganzen Mikrofonsignale trocken dazu aufgenommen und die später dann als Audio-Objekte, als Stützen sozusagen in das Video mit eingefügt in Unity. Da gibt es jetzt auch wieder eine Demo. Also bitte wieder Kopfhörer aufziehen. Okay, also wir haben hier ein Beispiel gehört. Das war eher eine tonmeisterliche Tätigkeit. Man hätte hier anstatt des ORTF-3Ds auch einen Kubus aus Kugeln verwenden können oder was anderes wie ein Hamasaki-Square und so weiter. Also es gibt hier viele Möglichkeiten, wie man das macht. Eins ist auf jeden Fall klar. Man hätte jetzt hierfür kein First-Order-Ambisonics-Mikrofon gebraucht. Also für was hätte man das jetzt hier verwendet? Vielleicht für ein paar dekorrelierte Signale in eine Richtung. Aber besser, sie haben dann Abstände zueinander. Deswegen, ja, ein Beispiel, wie man es mit Stereophonie machen kann. Ich glaube, meine Redezeit ist auch am Ende. Ich gebe noch einen kurzen Ausblick. Es ist kein neues Thema, Virtuality, aber es hat gerade einen ziemlichen Hype. Jeder redet darüber. Entsprechend kommen auch zurzeit immer wieder neue Tools und neue Einbindungsmöglichkeiten in DAWs raus. Es ist fast ein bisschen schwierig, da einen Überblick zu behalten, weil so viel passiert. Steinberg hat letzte Woche wieder was angekündigt, dass sie da wieder eine bessere Einbindung in Nuendo machen und so weiter. Man muss wirklich am Ball bleiben, um das alles mitzubekommen. Und dann die Verbreitungsmöglichkeiten werden immer besser. Zum Glück hat es auch den Trend, es geht noch ein bisschen langsam, aber dass das auch zu höherer Order Ambisonics als Speicherformat sich entwickelt. Also YouTube habe ich schon genannt, Facebook hat sowas wie Fast Second Order, ist jetzt auch noch nicht super, aber es geht schon mal in die richtige Richtung. Also da warten wir alle drauf. Gut, ansonsten die Demos, die ich hier gezeigt habe, die kann man sich nochmal in aller Ruhe oben im Demoraum anhören. Da haben wir zwei Headsets und da kann man, vielleicht stehe ich da auch gerade in der Nähe oder einer von uns, der Katsper Sagnowski, unser Praktikant, hat die Demos dann auch zusammengestellt. Vielleicht kann man mit dem sich auch mal darüber unterhalten, wie es ganz genau gemacht wurde. Ja, ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und vielleicht haben wir noch Zeit für Fragen. Ja, es ist noch Zeit für Fragen. Wir verschieben ja auch ein bisschen nach hinten gerade. Der Tom kann aber schon vorkommen zum Verkabeln. Tom, if you're here, we can already prepare. Ist das an? Ja. Eine Frage zu First Order Ambisonics. Da habe ich natürlich eine relativ, sagen wir mal, breite Richtcharakteristik, also keine gute Trennschärfe. Aber wenn ich sozusagen das virtuelle Mikrofon-Array mit einem Headtracker drehe, sozusagen Fehler der Lokalisationsrichtung habe ich da doch nicht, oder doch? Also ich habe zwar sehr breite, also wenn ich nah beieinander stehende Quellen habe, dann kann ich die eventuell nicht gut ordnungsmäßig, gut und dann kommt natürlich noch der Raum dazu. Also der hilft natürlich dann auch nicht. Ich hatte jetzt überlegt, wenn ich das Bild als Info dazu habe, wenn ich die Schallquelle also sehen kann. Also jetzt im Gegensatz zur Atmo, wo irgendwo ein Vögelchen zwitschert, was ich nicht sehen kann. Hilf würde mir das helfen, dass ich also sage, hey, wenn ich sehen kann, dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Ja, da gibt es tatsächlich auch ein Paper erst, das ist von unserem Tontechniker da hinten, von Cedric Fischer. Der ist da ein Mitautor. Die haben das untersucht, die haben tatsächlich geschaut, wie sehr korreliert, also wie wird die Lokalisation verbessert, wenn man Video dabei hat und wie ist es, wenn man es nicht dabei hat. Und es ist tatsächlich ganz klar, dass es die Lokalisation in der Wahrnehmung verbessert, wenn man das Bild dabei hatte. Das war das Ergebnis, das kam da sehr klar raus. Sonst noch Fragen? Da hinten. Wenn ich jetzt so ein 3D-ORTF habe, was ja besser klingt, wie wir gemerkt haben, als das First-Order-Ambisonics-Mikro und das aber bei YouTube einstellen möchte, wo ich ja gezwungen bin, dann wieder auf dieses Format zu rechnen. Dann habt ihr da Erfahrungen, wie viel ich dann verliere oder eben trotzdem noch beibehalte an Qualitätsgewinn oder ist das dann alles weg? Das ist ein sehr guter Punkt, den habe ich, glaube ich, vergessen zu erwähnen. Man muss diese Bottlenecks, dass das ja dann wäre, wenn man auf First-Order-Ambisonics runterrechnet, dann klar vermeiden, sonst verliert man das komplett. Also ein ORTF-3D über First-Order-Ambisonics klingt nicht gut, überhaupt nicht. Also das hilft dann auch nichts, da nimmt man vielleicht gleich besser ein B-Format-Mikro, Triple-MS oder so. Genau. Genau, für verschiedene Formate wie Player gibt es das schon. Für YouTube speziell sind alle am Warten, momentan, wir auch. Nach vorne ist eine Frage. Ich hätte noch eine Frage zur zusammengesetzten Stereophonie. Da würden sich doch dann die Schallereignisse auch addieren. Das heißt, jemand, der beim ersten Durchgang in dieser Kletterhalle zum Beispiel zwei Meter hoch geklettert ist, der ist beim nächsten Durchgang ja schon vielleicht vier Meter hoch und beim nächsten dann sechs Meter hoch. Und die höre ich ja im Prinzip dann alle, oder? Genau. Also deswegen war das wahrscheinlich auch kein gutes Beispiel. Wir werden noch mehr machen. Also am besten man hat einen Raum, wo man in einer Richtung was hat, wo was passiert und sonst nirgends. Das ist natürlich, so sollte man das eigentlich machen. Klassische Feature-Film-Aufnahme. Genau. Deskriptete Realität. Genau. In dem Fall ist es tatsächlich so, da passiert viel zu viel. Das klappt sich alles auf die außenliegenden virtuellen Lautsprecher sozusagen von diesem einen Wiedergabewinkel, den wir da gerade haben. Und das ist dann viel zu viel Signal. Aber ich glaube, man hat trotzdem bei dem Beispiel gehört, dass die Dekorrelation gut funktioniert und die Einhüllung eigentlich ganz gut funktioniert. Obwohl diese Sachen natürlich hier nicht gepasst haben. Das habe ich ja gesagt. Also es sind Sachen, die korrelieren sollten, die korrelieren dann natürlich nicht mehr. Super, der Hannes steht für Fragen auch noch später zur Verfügung. Er ist oben erreichbar. Vielen Dank nochmal. Super. Gerne. Applaus